Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Als erstes möchten wir euch natürlich erstmal ein gutes neues Jahr wünschen. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Wir wünschen euch für dieses Jahr viel Gesundheit und ganz viel schöne Reisen. Auf unserer Rückreise von Italien waren wir im Oktober noch auf dem Campingplatz Google in Neuenburg am Rhein. Eigentlich nichts weiter Erwähnenswertes, aber wir möchten euch noch auf etwas hinweisen. Also falls ihr dieses Jahr noch eine Reise in den Süden plant, dieser Campingplatz hat ganz viele Übernachtungsplätze und er liegt auch sehr gut. Neuenburg liegt zwischen Freiburg und Basel und kurz hinter Neuenburg fängt die Autobahn an, wenn man über den Rhein fährt nach Frankreich, nach Lyon oder dann weiter nach Spanien. Und solltet ihr nach Italien fahren und durch die Schweiz fahren, von Neuenburg sind es ungefähr 30, 32 Kilometer bis Basel und von Basel könnt ihr dann durch die Schweiz fahren. Nur denkt dran, wenn es durch die Schweiz geht und euer Mobil über 3,5 Tonnen wiegt, müsst ihr an der Grenze die Schwerlastgabe beantragen. Wir haben das letzte Mal 10 frei wählbare Tage genommen für 32,50 Franken, also eine Fahrt dann 3,50 Franken, das geht noch. Ja, das nur zur Information, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, liebe Grüße sagen Gudrun und Rainer. Tschüss! Viel gesund! Viel Viel früh Viel viel 週 ... bail in bil LEGO